Rezession in Deutschland immer wahrscheinlicher. Die Industrie erlebt einen bedenklichen Produktionsrückgang, der sich im fünften aufeinanderfolgenden Monat fortsetzt und eine mögliche Rezession in den Vordergrund rückt. Im Oktober 2023 sank die Produktion um 0,5 Prozent, was die Sorgen über eine anhaltende wirtschaftliche Talfahrt verstärkt hat. Experten hatten einen Anstieg erwartet, doch die Realität zeigt einen anhaltenden Rückgang, insbesondere Maschinenbau mit einem alarmierenden Einbruch von 6,3 Prozent. Die exportabhängige Industrie verzeichnet massive Auftragseinbrüche, was zu einer beträchtlichen Reduzierung der Produktion führt. Das Neugeschäft ist um 4,6 Prozent zurückgegangen, was eine zusätzliche Belastung für die Wirtschaft darstellt. Diese Herausforderungen werden durch die steigenden Energiekosten weiter verschärft, die nicht nur Privathaushalte, sondern vor allem auch die Industrie hart treffen. Die Unsicherheit aufgrund der Haushaltskrise trägt ebenfalls zur angespannten wirtschaftlichen Lage bei und lässt Ökonomen keine schnelle Trendwende erwarten. Trotz eines geringen Wachstums in der Automobilindustrie bleibt die Gesamtsituation sehr besorgniserregend. Wo bleibt das grüne Wirtschaftswunder? Über ein Like, ein Kommentar, wie sehen Sie die Situation? Wird es in absehbarer Zeit wieder einen Aufschwung geben oder nimmt die Deindustrialisierung in Deutschland weiter Fahrt auf? Da würde mich Ihre Meinung sehr interessieren. Auch über ein Abo würde ich mich freuen. Das ist generell kostenlos hier bei YouTube. Bleiben Sie gesund und eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich Ihnen. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.